Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen Marker-Date. Gestern Nachmittag haben die US-Indizes wieder nach oben gedreht, die nächsten Widerstände lassen da aber nicht lange auf sich warten. Das wollen wir uns gleich mal genauer anschauen, denn Risikonweise gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollte ich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Gehen wir rüber zum S&P 500 und zwar schauen wir uns den Markt mal im 15-Minuten-Chart an. Gestern er ist der starke Ausverkauf, knapp 2% im Minus gewesen und dann der Turnaround. Das haben wir auch bei anderen Indizes gesehen, wie zum Beispiel beim Dow Jones hier in gelb hinterlegt oder auch noch den Nasdaq 100 in blau. Die Lagen oder die Ausgangslagen könnten allerdings nicht unterschiedlicher sein. Schauen wir mal auf das Big Picture. Der Abwärtstrend beim S&P 500 ist langfristig noch intakt und auch die kurzfristige Struktur spielt hier noch mit. Mittlerweile versucht der Index, das 61,8% Retracement von der vorherigen Abwärtsbewegung zu durchbrechen. Das hatte der Index bereits im November und Dezember mehrfach versucht und entscheidend ist dann aber der Ausbruch über das Augusthoch, um dann diese Abwärtssequenz zu beenden. Wie sieht es beim Dow Jones aus? Hier haben wir ein ganz anderes Bild, nämlich einen Aufwärtstrend. Diese Abwärtstrendstruktur wurde bereits beendet. Wir haben hier allerdings auch kurzfristigen Widerstand im Bereich von 34.460 Punkten ungefähr. Diese Zwischenhochs von der Abwärtsbewegung stellen potenzielle Kursziele dar und dann hätten wir auch schon das Rekordhoch. Es gibt aber auch hier noch einiges zu tun. Starke Unterstützung gibt es vor allem hier bei 31.737 Punkte. Das ist nämlich der letzte Aufwärtsimpuls. Der Bereich müsste im Falle von Stärkenrückgang verteidigt werden und das bedeutet, dass der Markt rein theoretisch auch noch Spielraum auf der Unterseite hätte für Rückgänge, ohne dabei den Aufwärtstrend zu gefährden. Der NASDAQ 100 befindet sich im Abwärtstrend. Die kurzfristige Struktur spielt auch hier wie beim S&P 500 mit. Kurzfristige Unterstützung haben nicht gehalten. Rückgang und jetzt die Aufwärtskorrektur. Hier wird sich mittlerweile auf das 50% Retracement zubewegt. Das heißt, hier gibt es also noch einiges aufzuholen und das Augusthoch ist noch in weiter Ferne. Zusammengefasst, der Dow Jones befindet sich im Aufwärtstrend. Der S&P 500 und der NASDAQ sind noch im Abwärtstrend, wobei der Tech-Index noch mehr aufzuholen hat. Mehr Analysen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link gibt es wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.